Guten Morgen, hier ist hier viel umgebaut. Ich trage einen Fisch in der Rotepilot. Jetzt schicken wir zum Ziel. Zweite Bröt zum Ziel. Dann haben wir schon die Speicherziel. Jetzt wird er los. Also von Bedingung liegt da. Damit ihr seht, oder? Die linke Seite ist zig. Da können wir mehr Gas dazugeben, damit der Schnelle fährt. Also, das sieht man. Zwei Meter vor dem Ziel. Nimmt der Gas raus. Jetzt hat er eine Stunde ab Gas. So, jetzt lädt es ab. Und geht wieder durch. So, jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich hier. Ich hab sie hier. Jetzt bin ich hier. Ich bin hier. Ich schaue mich an. Ich mache mich an. so jetzt ist angekommen super ok bis zum nächsten mal ciao